hallo herzlich willkommen wieder bei der letzte folge von portal kinder glaube das ist schon dritte folge maxi der vierte ist schon wieder geiler und ich habe mitbekommen mit mir ist der maxi guter maxi und flieg runter flieg runter letzte folge wie jetzt der max er gibt mir eiskalt holz gibt er mir ja ja zum beispiel diese eine diese dinge nachgelaufen sind da wo war kupfer hat mir kupfer gegeben ganze zeit die trolle geben holz ich will aber kein holz ja was gefunden hast du hast nicht gewohnten kupfer hallo meint die die schneller wie du hast du diese schon die ja klar ich habe noch die anfangen schreibe wenn du grünen grünen smaragd findest grünen spaß dreckiger pisser ich dachte jetzt gerade echt grün oder so das hier das sieht aus wie eine höhle ja 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 da müssen glaube ich da oben gehen frisst ein blitz frisst doch jetzt ein blitz der wollte kein blitz ist nur da habe ich jetzt kein mana mehr auch keine ahnung mana regeneration wo bleibst du jetzt kommt ja hier ist eingang ja warte mal chill es ist wow ich sehe nichts mach dir schaden mach dir schaden ja ich bin lebe ab und ich habe einen heiltank genommen ok notizen an mich selbst heiltank nicht direkt neben den äh ja wir sind hier hinten noch hier hinten ist nix aber hier das ding mal kaputt hier ist es was oder was weiß nicht mal schauen läßt dich aber nicht abbauen was doch die leise aber das brauchst du echt lange ich kann nicht warum geht mana nicht dein ernst nur einmal suchen was für probleme hast du also ich habe kein mana mehr ist auch nice ja ja ich weiß du verrückst gleich gell ja ja denkst du warte mal so da war ja was das war ja mana trinken warte mal äh mana trank 20 20 warum werden die nicht gesteckt äh könnte sein da sind zwei verschiedene ne es gibt beide 20 mana wieder nicht hm komisch aua der mach mir aua aua aaa noga hinter dir hinter dir ja ich kann nix machen ich krieg die nicht ja bist du schwach nein die sind halt in der luft und ich kann Viecher in der luft nicht angreifen warte war hier noch ein weg nach oben ja aber hier ist nix ok da kann man trotzdem mal hier ne fackel hin ein tor ja zum befreiung es würde die mana trinke weg snacken na du brauchst die gell ich nehme sie einfach mal LAL was ist ich habe mich gerade selbst eingespärrt hm hast du was die blaue noch vier wollen wir gleich mal gucken warte boah der klaue alles was willst du denn zu ja das ist ein anderer lol aber egal einmal monatrank nochmal nehmen so ich habe noch drei ganz viele wieder her ganz viele wieder her ganz viele wieder her so jetzt habe ich jetzt habe ich 10 ja super GET HOFEN geben wir zurück ja wir gehen nachher durch oder ja jetzt wäre die folge ein bisschen zu kurz ja vielleicht wenn wir die kurze dann mache ich 2 soll ich folgen ja ne muss nicht sein ich kann ja jetzt wieder hoch gehen wir sind jetzt wo das portal ist oh hier ist zu hallo macht mich zu oh es ist dunkel noch besser wir sind wieder was ist es da unten oh unser guter freund aber wacht nein das ist nicht unsere freundin da haben wir ich mag gegen ihn kämpfen ist voll nicht stark hast du den da nie gesehen oder was nein ich habe viel schlimmere Dinge gesehen ah Feuerwoll Maxi 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 Max Und ich habe nur den Block bekommen. Nice. Geht die mal richtigen Dude geben oder so. Ist ja viel besser so. Ah, ich komme noch nicht hoch. Gibt es hier nur Kopfhörer? Ich glaube schon. Ich glaube nächstes bekommen wir mehr. Was mehr? Aua. Ey. Ich habe hier Rüstung und alles mögliche. Ah. Oh mein Gott. Was? Ich habe einen Doppelfeuerball abbekommen. Ich hätte etwas sagen können, aber echt man. Ey. Bist du verdeckert oder was? Ja. Lol. Zwei Feuerbälle direkt auf mich drauf ey. Er trifft mich ja noch. Schon wieder tot. What the fuck ey. Was? Nein! Sieg! Du stehst zweimal und ich stehe verreckt kein einziger Mal. Auch nice. Hi Maxi. Hey. Hast du mich lieb? Nee. Schade. Ich bin zweimal verreckt. Wege mir. Wieso wege mir? Weil du erst nichts gesagt hast. Woher sollte ich... Woher sollte ich... Ich hab... Geh zwei verfickte Feuerbälle in die Fresse? Ich hab nicht gewusst. Bist du hier? Nee. Man sieht nur die Namen, ne? Ja. Du? 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 Habe ich in dein Abtiss nicht aufgepasst? Naja. Ich hab gesagt bist du Pro? Oh. Also du hast mich enttäuscht Maxi. Ich gebe dir Unterstützung. Nur nicht verrecken, ja? Aua. Ohhhh. Der ist Level 5. Oh. Komm. Komm. Gehen wir nach unten, ok? Komm. Gehen wir? Juhu. Aber du kannst echt viel Schaden unterscheiden mit dem Mana. Warte, bin der wieder tot. Ich. Aua. Oh. Du bist nur wieder tot. Aua. Zu spät. Alter Falter. Äh. Äh. Er hatte Abbauschaden zu. Und. Verlust hier. Halbergeld bei Abbauern zu. Nehm ich dich. Was hast du jetzt genommen? Ich nehme diese 30%. Das wird nicht so schnell kaputt. Ja. Hab ich auch genommen. Leul ich hab den Amid. Ne. Ich glaube ich hab den Anderes auch. Achtung. Ich hab keinen Schaden bekommen. Wuiiii. 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 Er sammelt alles aus. Was hab ich denn alles für Schrott bei mir. Samen. Wer braucht Samen bitte. Ei auch weg. Samen weg. Das brauche ich glaube ich noch. Ah nicht. Hier gibt es nur einen Weg. Okay. Was Feuergeist. Was ist denn das? Ein Geist welcher spuckt Feuer. Okay. Soll ich durch das Portal gehen? Nein. Wir gehen zurück. Wie zurück? Zurück? In diese vorletzte Insel. Achso. Soll ich das andere Portal öffnen? Jaja. Zu offen machen. Weil du hast gesagt. Du hast nur 6 Stücke. Hab ich gerechnet. Ich musste mir weit mehr was knabbern. Okay. Ähm. Ja. Wo ist der andere Portal? Wo ist der andere Portal? Wenn ich wüsste wo ist der andere Portal, werde ich sehr froh. Hm? Wenn ich wüsste wo ist der andere Portal, dann werde ich sehr froh. Hm. Hm. Maxi ist da. Hm. Das andere Portal. Wo war denn das? Was ist das? Ich habe gefunden. Ja. Achso. War das nicht fertig? Nein. Noch 2 Pillen. Hast du noch welche? Ah. Ah. Ich habe perfekt. Zwei. Oder? Ja. Ja. Brennender Sand. Okay. Ah. Vielleicht da können wir Schuppeln bekommen. Hast du schon? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder? Wüsste welche? Lila. Okay. Lila geht auch noch. Oh. Kupfer auch, gell? Okay. Von den Lila in Kristallen brauche ich noch sehr viel. Es gibt so eine Kralle, wo du die dann ausgraben kannst, ne? Ja. Ja, ja. Ich glaube effektiver geht das. Was habe ich aber vergessen? Ja. Ach shit. Schlagst du nur einmal und dann sind die... Aber Schuppen brauche ich auch noch, ne? Ja. Ich auch. Nicht nur, aber du. Ich mache den gar keinen Schaden. Oh. Oh, der hat einen grünen Smaragd gehabt. Echt? Ja, aber nur einen, aber ich brauche aber viel mehr. Au. Ja, wieder soll ich mal kämpfen, ne? Junge, ich werde dich heute beschützen. Diesmal. Ach du Scheiße. Ich bin tot, glaube ich. Ja, ich bin tot. So viel zum Beschützen, ne? Ja, wenn du fliegst so runter, dann kann ich nichts dafür. So viel zum Beschützen, ne? Dann bist du selber schuld. Dann schaffe ich es drüber. Dann schaffe ich es drüber. Schaffe ich doch nicht! Oh! Oh! Seppi! Wo bist du? Ich bin jetzt zum Block, Alter. Okay, das habe ich nicht geschafft. Aber da unten ist, aber da unten ist ein Ding wie da. Ein Dungeon. Mhm. Seppi! Na? Schaffst du nochmal? Warte, 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 warte. Ich schaff's jetzt. Pass auf. Pass gut auf! Ja, so schaffe ich auch. Oh! Du mit deinen Arsch? Äh, nö. Eigentlich nicht. Oha, was für ein Block von... Ohohoho. Hä? Schlitz! 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 Oh! Oh! Lol, Seppi, was machst du? Helfe ich dir ein bisschen? Ich habe ein Erd! Wegkommen! Ich halt doch... Ich halt doch schon wieder das Portal. Echt? Echt? Hier ist! Oh! Komm her! Komm zu Papi! Komm zu Papi! Komm zu Papi! Kupfer ist ja noch nicht so viel, ne? Komm zu Papi! Komm zu Papi! Guck auf, ob ich einen ganzen Block auf jeden Fall... Leute, sollte ich irgendwas machen? Jetzt hast du mich ganz aus der... Ding gebracht, dass wir hier... Nein, 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 nein! Dein Ernst? Ja. Ob du gesagt, ich brauche auch... Ich brauche nur zwei... die wir über den einen Bogen haben. Da denkst du ich will keinen besseren Stab Achso, viel Stab brauchst du auch? Ja Wir finden bestimmt noch ein oder zwei So viel Lila, Alter, wie viel Lila hab ich denn überhaupt? 28, ich brauch ein bisschen mehr Bei mir irgendwie lecker ein bisschen Mhm Merkst du auch oder was bei dir? Warte, vielleicht machen wir das kurz Ich mach mal kurz was Vielleicht könnte ich da ranlegen Ah Was machst du da? Häh Du sollst wieder sterben Alter, wie viel Wie viele Steine, gell? Mhm Aua Was ist? Bist du da rübergekommen? Ich hab Brücke gebaut Ich hab jetzt was runtergeflogen Gott sei Dank bist du nicht Alter Ey, das ist nichts von denen Mhm, die explodieren dann so, ne? LOL Was? Was? Einschlagen warst du tot oder was? Ja Nice Also deswegen ist es ein langer Aber dafür übertrieben Ich hab wahrscheinlich Oh, ich hab wieder keine Tränke im Winter Konnte man nicht Tränke einfach so bauen? Ja, konnte man Welche Heiltränke oder? Magischer Schutzflasche Achso, Feuer atmen Okay, okay Okay, jetzt ist es besser Wenn hab ich es geändert, dann ein bisschen LOL, die machen Schaden Wer? Keine Ahnung, die Typen da und so Okay Und Mann hat rank geschlürft, das kann ich wieder Wer wiederkommen Ganz Wo? Aua, aua Fick dich Aua Fick dich Aua Alter Der Schleim geht mir auf Biss Alter, die machen übelst Aua Was? Du sagst Wo ist eigentlich hier das Portal? Haben wir das eigentlich mal jetzt gefunden? Ich glaube nicht Hab ich sie gefunden? Was? Also da hinten, ne? Was braucht denn da? Ach du Scheiße. Geh mal weg mit dem Ding! Er fokussiert wieder mich, war okay. Du schießt noch in meine Richtung? So warte erstmal hier, kraften, blaue, gelbe, gelbe nur einer leider, äh, baust du schon rüber oder wie? Ja. Leute wie behindert du baust einfach, oh, da ist schon wieder so ein, du weißt schon was ich mein. So, Mannertrank, blitzen, da ist empfindlich gegen Blitz. Echt? Alter, ich verreck mich, gell? Dann trinkt man Mannertrank oder so. Hab ich schon. Lol, was ist denn das Schlein, ne? Der spukt Feuer! Hu! Au! Und da ist Schlein, gell. Au! 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 Ah, und der andere, die Pflanze explodiert am Schluss, gell? Ich hab's gemerkt. Das tat auf jeden Fall weh. Aua! Au! Au! Äh, wot? Hu! David, du bist richtig cool, ich geh durchs Portal, ne? Nein! Ich glaub ich bin tot. Ha! Ich auch! Ha! Ich bin tot! Ich auch! Ha! Also! Ha! 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 Wo sind wir jetzt? Oh scheiße, schon wieder bei diesen Kürbisse! Kürbisse? Ja! Ich pote mich immer noch! Und hier gibt es! Ha! Hier gibt es! Hier gibt es! Was? Grün! Okay! Gut, 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 dann kann ich gleich farmen und alles. Weil von den Grünen brauche ich bestimmt ganz, 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 ganz viele. Ich glaub auch grüne. Von grün kannst du eigentlich, wie du brauchst auch grüne. Ja, für Heilung brauche ich grüne. Ach so. Das ist, glaub ich, nur viermal dieser Grünstaub. Ja, Grünstaub. Da musst du aber fünf von diesen, äh, Dinger. Gibt einen Staub. Ja, das brauchen wir ein bisschen schon. LOL, Seppi! Was? Komm mal! Ja, wie war ich? Da unten, alter! Loller greift ihn sofort an. Wenn wir oben eher machen wir uns nicht, äh, bist du, werde nicht so untergehen. Der ist level up, nacht, supi. Danke, ich bin auch level up. Er nimmt's einfach. Wie? Hahahaha, Loll! Alter! Es gibt ja nicht so viel Grün, Seppi. Ich sehe fast gar nix Grün. Okay, das andere Grün wird da voll bewacht gerade. Bist du jetzt zu eins das Ding rein? Ja, ich tu mal rein. Sag doch Bescheid. Wo bist du? Ich bin, gehe, gehe nach ganz oben. Aua! Was soll das? Wieso schlägst du mich? Aha! Und es bringt was? Und hier gibt's eine Troje! Er sagt jetzt... Ja! Oh, ich mach dem keinen Schaden, Mann. Ich sehe es noch kommen, der macht mich. Ja, der macht mich. Loll, er kann durch die Mauern blitzen oder was? Dein Ernst? Echt? Was war in der Troje drin? Was war in der Troje drin? Schuppe! Denke ich eh du... Ich mache die Troje, manche. Drei Schuppen. Warte, musst du schauen. Was gibt's in der Troje? War eine Kupferplatte. Wir sollten mal... Wir sollten mal... Dann... Zurück teleportieren. Ja. Langsam werde ich... Kann man noch mal ein bisschen Kristalle sammeln. Juuu! Wiii! Und es war's, sonst verreckst du noch. LOL! Ja, hab ich's jetzt! Mit Handsack! Mit Handsack! Trinken weißt du, sonst verreckst du. Und was passiert? Ich hab nichts mehr zum Trinken. Echt? Oh. Deswegen hab ich auch gesagt, wir sollten mal langsam nach Hause. Ja. Aber ich will noch... Diese scheiß Diamanten hier sammeln. Ja, ist klar. Ich greif ihn ständig an und er greift dich an. Ja. Die haben's voll auf mich abgesehen. Oh mein Gott. Ich glaube... Die greift nur den an, wie es am nächsten. Ganz nah. Ich hab jemand. Ich kann nirgendwo mehr laufen, Alter. Ein Ding und ich bin weg. Muss aber woanders hin. Ich will... Die scheiß grünen Diamanten haben. Ich auch. Ich suche ja gerade auch. Die... grünen scheiß Diamanten. Oh. Ich bin da. Okay. Ja. Ja, hab ich gewonnen. Grünediamanten oder was? Ja. Ich hab 4. Eigentlich... ich sage dir später werde so viel kupfer bekommen du wirst es mit dem kopf kratzen ich übergeben ich will kein kupfer ich will die scheiße ich suche auch das leckten wieder ein bisschen ich bei mir momentan nicht oh ja ich behoße deswegen kupfer ist hier aber ich will kein kupfer na ok zum glück nicht gesehen weg da aua boah noch ein bisschen wieder verrecken oder so wann wird der tag gleich wird der tag gott sei dank die monster gehen wir schon auf der piste du hast an der xp liegen gelassen ich? oh aua aua tschüss hau sie doch weg nehhh lol dem du arsch au du erst weg wenn ich tot bin ja ich bin auch tot no dass Oh, wann wird dieser scheiß Tag endlich? Wieviel Smaragda hast du? Muss ich schauen. Aua. Ich habe sieben. Schau genauer, da hast du schon eins. Ich habe auch sieben. Oh, da sind noch ganz viele oder rennen so viele von diesen Huren so hin rum. Und wir hatten endlich Tag. Nein, du schießt mich jetzt nicht auf, dann bin ich tot, ey. Yay!